Servus, grüß euch, ich bin's, der mich Nikolaus, euer Baristamacher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gerne Maschinen vorstellen und zwar heute geht es um die Profitec Go. Wie ihr wisst, haben wir vor kurzem ECM und Profitec bei uns im Haus gehabt, also die Manufaktur schlechthin. Und wir freuen uns da ganz riesig, dass die uns natürlich auch bei uns die Werkstatt mit freigegeben haben und das natürlich die Pflichtveranstaltung ist, wenn du gescheit Fachhändler werden möchtest, brauchst du dir auch eine anständige Werkstatt. Freuen wir uns total, dass wir auch noch mal waren. Heute geht es, wie gesagt, um die Vorstellung unserer ersten Maschinen, die bei uns in der Ausstellung ist. Und wir werden uns freuen, wenn ihr euch die schon anschauen möchtet, wenn ihr uns abonniert oder wenn ihr uns auch ein bisschen teilen möchtet. Fangen wir an. Ja, das ist die Profitec Go. Wir freuen uns total, dass wir da die erste Maschine schon mal in der Ausstellung haben. Und zwar ist das ja, wie gesagt, die Profitec Go. Das ist in Anführungszeichen die kleinste Maschine. Das ist die Eingrausmaschine und die möchte ich euch heute ganz gerne einmal ein bisschen vorstellen. Und zwar, die gibt es in mehrere verschiedene Farben. In Rot, in Gelb, in Hellblau und in Schwarz. Und in Gelb haben wir es halt bei uns im Moment gerade in der Ausstellung. Wir werden dann auch nochmal eine Schwarze auch noch kriegen, die vielleicht ein bisschen neutraler ist. Wobei, ehrlich sagen wir, das Gelb finde ich schon cool. Also finde ich schon richtig geil, weil das einfach so ein, Aber wenn es auch gar nicht so ein Ferrari-Kölb ist, also richtig toll. Also schön. Schaut es euch an, kommt es vorbei. Zur Maschine. Die Maschine ist eine Eingraismaschine. Wir haben natürlich die Maschine auch aufgemacht. Also haben wir schon aufgemacht, weil wir technisch gesehen sehr neugierig sind. Haben uns auch die Innenverbauung einfach mal angeschaut und wie wir das aufbauen, was für Bauteile sind verbaut. Sind es jetzt anständig gescheite Bauteile oder vielleicht andere Bauteile? Und da können wir also schon sagen, das sind wirklich bärige Sachen, die da drin verbaut sind. Technisch gesehen, als Maschinenbauern natürlich auch gesehen. Also wirklich so verbaut, dass wir was reparieren können, sollte mal was kaputt sein. Punkt 2, es ist so verbaut, dass wir es auch aufmachen und wieder verschließen können, sodass wieder alles dicht ist. Also wirklich in einer bärigen, anständigen, gescheiten Qualität. Es ist eine, wie es ihr schon sagt, haben wir da unsere Auffangschale. Wir haben eine Ringbrühgruppe. Ich muss das noch lernen mit den Videos, das kriegen wir aber schon. Ihr seht hier, wir haben eine schöne große Auffangschale. Wir haben eine Ringbrühgruppe. Der Kessel ist oben drauf auf der Brühgruppe. Das heißt, wenn der Kessel aufwärmen tut, erwärmt man automatisch auch die Brühgruppe selber mit derselben Temperatur. Ich habe also keine Mischtemperaturen oder sowas. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer anderen Maschine habe, wo ich den Kessel hinten habe als Eingreismaschine und vorne die Brüh einheit, dann habe ich aber so ein bisschen eine Mischtemperatur. Sondern tatsächlich, der Kessel ist auf der Brühgruppe drauf geschraubt. Und ich habe tatsächlich dieselbe Temperatur. Also von daher schon mal sehr, sehr Temperatur zuverlässig. Ihr seht bei der Maschine, da ist das Regnepferl. Das heißt, das ist für unsere Dampfdüse. Das erkläre ich auch gleich noch mit dem Eingreisen, wie das funktioniert mit der Dampfdüse. Ich habe da unseren Einschaltknopf, Kaffee und halt den Dampf. Also vom Bedienkonzept her ganz, ganz einfach. Aber die Maschine hat auch, und das seht ihr da unten. Warte mal, die Tannenpflanze ein bisschen weiter weg geht. Ich habe da unten drinnen auch eine kleine PID-Einstellung, wo ich mehrere verschiedene Sachen einstellen kann. Da kommen wir auch noch ein bisschen drauf zum Reden. Natürlich ein Brühdruckmanometer, genauso wie es ist heute auch gehört. Also das finde ich richtig toll. Temperatur, also sprich Kesseldruck wird ja da angezeigt. Brühdruck eben, wie gesagt, da. Der Brühdruck ist euer Maulgrad. Das heißt, das ist der Druck, der sich im Siebträger aufbaut. Oder halt sich dann zeigt. Und dadurch seht ihr auch ein Maulgrad. Wie ist mein Maulgrad? Bin ich zu grob? Komme ich nicht auf den Druck? Bin ich zu fein? Bin ich auf Überdruck? Es ist überextrahiert und schmeckt dann einfach ein bisschen verbittert. Verbittert. Ein bisschen bitterer. Entschuldigung, nicht verbittert. Ja, verbittert auch. Rein vom Anschauen her. Ich tue das einmal auf Zeiten. Also was ist vielleicht alles dabei von der Lieferung her? Ihr seht ganz normal den Flyer. Ihr seht die Bedienungsanleitung. Es ist ein anständiger, gescheiter Siebträger mit dabei. Der schön schwach ist und ein schönes Gewicht hat. Das ist einer mit zwei Sieben, ein Einser und ein Zweiersieb. Ein Blindsieb ist mit dabei. Und auch ein kleiner Temper. Darf man dazu sagen, bei anderen Italienern kriegst du eine Plastik-Raffe. Äh nein, kriegst du ein Plastik, das qualitativ nicht überzeugend ist. Das hört sich gut an. Ein Plastik-Temper, der qualitativ nicht überzeugend ist. Da ist ein richtig schöner kleiner Stahl-Temper mit dabei. Der hat ein bisschen Gewicht. Das geht gut. Ihr wisst es. Wir haben natürlich bei uns auch die Holztemper, die ein bisschen anders aufgebaut sind. Auch mit einem Wölf-Profil können wir euch auch noch ans Herz legen. Aber für die Erstausstattung ist, wie gesagt, ein Stahl-Temper mit dabei. Und das finde ich eigentlich schon klasse. Weil wir haben hinten Hersteller mit 3000 Euro Maschinen, die auch Plastik-Temper mit belegen. Und das finde ich dann eigentlich ein bisschen schade. Also ganz klasse eigentlich. Da seht ihr eigentlich, was so ein bisschen mit dabei ist. Und ich tue hinten den Deckel einmal weg. Und wir haben da, und das ist auch ganz cool eigentlich, weil die anderen, also andere Maschinen haben das in der Preisklasse, als ein Eingreiser vielleicht noch gar nicht, die haben keine Schlauchansaugung, sondern tatsächlich eine Bodenansaugung. Das finde ich total cool, weil ihr habt da nicht aber die alten Schleichel da drinnen hängen und müsst die Schleichel wieder raus tun. Und dann habt ihr da eine Arbeitsfläche und einen Haufen Sauerei. Sondern wie gesagt, eine Bodenansaugung, technisch gesehen, ein kleiner, ein kleiner Ansaugstuzen, Nippel. Ein kleiner Stutzen, das sei bemerkt, es gibt auch Maschinen, die so große Fette haben, die wenn ich dann unten rein drücke, haut es mir irgendwas Wasser, das Überdruckwasser aus. Also von daher ganz gut durchdacht, der ist auf der anderen Seite. Ich kann da hinten auch schön reingelangen, ich kann das alles schön sauber machen, das ist eigentlich dann ganz klar. Die Maschine hat natürlich auch ein Tank, Wasser und Zeige. Das heißt, wenn das Wasser neu ist, sagt die Maschine natürlich auch, wenn der Wassertank halt neu ist. Ich habe da herum, und das sieht man da eigentlich, da ganz gut, also auf meiner Seite ganz gut. Ich habe da herum ein verstellbares Expansionsventil. Das habe ich sonst beim Eingreiser gar nicht, weil da einfach alles automatisch gemacht wird. Das finde ich richtig cool, weil ihr könnt euch dann den maximal pumpenden Brühdruck auch so einstellen, dass das für mich halt einfach passt. Es gibt durchaus Kundschaften, die wollen gerne mit 9 Bar brühen, es gibt Kundschaften, die wollen mit 11 Bar brühen. Und wenn man da dazwischen irgendwo liegt, kann man sich das einfach kundenspezifisch einfach nur da noch einstellen, dass man einfach das Maximale aus seinem Lieblingskaffee rauskriegt. Die PED-Verstellung, also die meisten werden für euch schon eine PED-Verstellung kennen, ist beim Eingreiser natürlich klasse, weil wir grundsätzlich nicht wie beim Zweigreiser Mischtemperaturen haben, sondern eine Kesseltemperatur, weil es ein Eingreis ist. Das heißt, die Brühtemperatur, die ich da verstehe, die Kesseltemperatur, ist auch richtig präzise und wesentlich genauer als bei jedem Zweigreiser, weil es hat 120 Grad und egal, das ist eine Erklärung von einem Zweigreiser. Aber von daher, die Eingreiskessel, ein schöner großer Eingreiskessel mit der PED-Verstellung ist natürlich sinnhaft und echt klasse. Ganz ähnlich wie bei einem Dual Boiler, da ist es ja im Prinzip genauer so, dass ich für diesen einen Kessel die Temperaturverstellung auch habe. Also von daher geht das wirklich, ich finde es total geil, weil das einfach die Brühtemperatur ist. Und wir haben bei uns hinten in der Barustaschule auch die großen Maschinen stehen, da haben wir auch zwei verschiedene Temperaturen und das schmeckt uns eigentlich auch jeder raus, weil wenn wir einen Barustakurs machen, das schmeckt es ja. Die zwei Gradunterschiede schmeckt es auf alle Fälle. Wenn ihr einen guten, empfindlichen, vielleicht sogar einen empfindlichen Hochlandespresso habt, schmeckt man es immer raus. Vom Bending-Konzept her selber ist praktisch eigentlich selbsterklärend. Das heißt, die Maschine befüllt sich automatisch mit dem Kessel. Ich schalte es ein, sie befüllt sich, sie heizt auf. Ich habe eine Aufheiztemperatur von fünf bis sieben Minuten, so umeinander bis es einfach alles schön warm ist, weil es ja doch ein kleiner Kessel auch drin ist, der natürlich auch viel Volumen hat und das alles ein bisschen warm werden sollte. Bin ich soweit fertig, gehe ich mit meinem Siebträger rein. Dabei, ich habe auch die normalen Siebträger-Einsätze mit meiner Markierung, wie weit das einfach von der Bohnenmahlmengen, von der Mahlgut her gelangen soll hat. Ich kann es natürlich auch auswiegen. Also wenn ich es präziser machen möchte, in die professionelle Richtung, dann habe ich eine kleine Waage noch drunter, wo ich das auf den Milliliter rausmisse und halt da auch noch die Grammatur vom Pulver. Also es ist alles möglich mit der Maschine, von daher eigentlich ganz gewalt. In dem Moment, wo ich statt einem Kaffee halt einen Dampf ziehen möchte, drücke ich mir auf den Dampf drauf, warte ein paar Sekunden, der Kessel hat je nachdem 90, 92 Grad und heizt dann einfach auf die 120, 122, je nachdem was er da eingestellt ist, heizt halt auf. Ich muss aber wieder ein kleines bisschen entlüften, damit einfach da der Überdruck rausgeht, damit der nicht zu früh aufhört zu heizen, das ist eine technische Sache wieder. Und habe ich das gemacht, habe ich innerhalb von einer, ja vielleicht eine Minute oder so, ja ja relativ zügig, habe ich da, wenn ich aufdrehe, einen richtigen Dampfdruck. Einen Dampfdruck. Keinen normalen seichten Dampf wie bei einem Durchlauferhützer. Es gibt ja auch die Maschinen, die die kleine Durchlauferhützer haben, die schnell erheizen, das mag ja ganz glücklich sein, aber die bläst halt so langweilig, dass du halt wirklich manchmal Tränen nicht kriegst. Und da haben wir einen Kessel und mit einem Kessel kriege ich einen Dampfdruck zusammen. Das heißt, ich kann einen richtigen anständigen Milchschauen machen, auch in einer normalen Zeit, wie ich halt normalerweise in einer großen Espresso-Maschine das halt auch machen tue. Habe ich das fertig gemacht, drei dazu, schalte den Dampf aus und tue über den Kaffeebezug, warte mal, ich will das jetzt nachschauen, dass ich nicht, da, Entschuldigung, über den Kaffeebezug den Überdruck, den Dampf, der da drinnen ist, wieder rauslassen und die Maschine befüllt den Kessel von hinten mit einem neuen Wasser. Also das passt eigentlich ganz gut. Überwachen könnt ihr diese Be- und Entlüftung da vorne übers Display. Das heißt, das PID-Display zeigt euch halt dann auch die dementsprechende Temperatur an. Mir gefällt die Maschine gut, die ist noch unter 1.000 Euro und ist so verbaut, dass uns die eigentlich wirklich lange leben kann und leben tut. Und ich finde es klasse. Kommt es vorbei, schaut es euch an, bin ich ganz toll davon überzeugt. Wir haben andere Eingreis-Maschinen ja auch noch, aber die sind halt, gut, vielleicht mit preislich ein bisschen kleiner, aber die sind halt ganz anders verbaut, wesentlich einfacher. Die haben die ganze Technik da drinnen nicht so verbaut wie die Maschinen, die da für das, was sie gemacht haben, einen Eingreiser, der hochpräzise wird, der zuverlässig ist, der lang lebt, die Ersatzteile oder die verbauten Bauteile in einer wahnsinnig tollen Qualität sind, finde ich wirklich klasse. Und so Profitec Go kann ich euch nur ans Herz legen. Ich hoffe, das war für euch einmal ein bisschen informativer, ein bisschen interessant für euch. Die Maschine hat wie gesagt 21cm breite, also wirklich sehr, sehr schmal und verbracht nicht viel Platz. Und ich finde es eigentlich wirklich toll. Schaut es euch an, kommt es vorbei. Wir freuen uns über jeden, der uns anschreibt, jeden, der uns abonniert und teilt. Bitte teilt es gerne, wir wollen da gerne ein bisschen bekannter werden. Und am meisten freuen wir uns über jeden, der bei uns dort in den Showroom halt da reinkommt und sagt, guck mich hin, du hast doch neulich ein Video gemacht. Kannst du mir nicht vielleicht und schauen wir mal. Deswegen freue ich mich auf euch. Das war es einfach mal so ein bisschen ein kleiner Kurzanschnitt, also eine kleine Vorstellung von der Maschine gewesen. Ich hoffe, das gefällt euch. Gebt uns bitte gerne eine Rückmeldung und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Servus für euch! .